Kim Jong-un, hier Archivbilder, laut Medienberichten nach Operationen medizinischer Behandlung. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wird südkoreanischen Medienberichten zufolge nach einem Eingriff infolge einer Herz-Kreisler-Verkrankung weiter medizinisch betreut. Die Daily NK, eine Website, die hauptsächlich von nordkoreanischen Überläufern in Südkorea betrieben wird, zitiert der nicht näher bezeichnete Insider innerhalb des isolierten Staates. Demzufolge erholt sich Kim in einer Villa im Mount Kunggang-Ressort in Hyang-San an der Ostküste, nachdem er dort am 12. April in einem Krankenhaus den Eingriff hatte vornehmen lassen. Über Kims Gesundheitszustand wird verstärkt spekuliert, seitdem er den Feierlichkeiten beim Nationalfeiertag ferngeblieben war, als der Geburtstag des nordkoreanischen Gründervaters und zugleich seines Großvaters Kim Il-sung am 15. April begangen wurde. Kims Gesundheitszustand habe sich in den letzten Monaten aufgrund von starkem Rauchen, Übergewicht und Überlastung verschlechtert, schreibt der Daily NK-Bericht. Das südkoreanische Vereinigungsministerium, das sich um die Angelegenheiten zwischen den beiden koreanischen Staaten kümmert, lehnt einen Kommentar bisher ab.